So Mädels, wir sind am Film, wir machen einen Probefilm. Das ist mir auch so scheißegal. Machen wir eine Doku, ja. Was haltet ihr von unserer Idee, Jugendgottesdienste zu gestalten? Musikalisch meine ich. Super? Warum? Ach, ich weiß warum. Wegen Black Parade. Ich filme Erik! Ich filme Erik! Ich filme Erik. Scheiß Raucher, scheiß Raucher! Und was habt ihr noch zu sagen zu unserer fantastischen Idee, so viele Lieder zu spielen und wir müssen doch eher streichen? Ja, sehr arg. Ich habe eine Idee, wir sagen jetzt mal 1, 2, 3. Wir machen bei 1, 2, 3, Hallo YouTube sagen. 1, 2, 5, ha, reingefallen. 1, 2, 3, Hallo YouTube!